Es ist lange her, dass ich so eine schlechte erste Halbzeit von uns gesehen habe. Die war grausam, da hat einfach nichts funktioniert. Aber ich denke mal, dass es im Zuge der ganzen Spiele, die wir gerade so hinter uns haben, dann heute noch zwei Positionen ändern müssen. Aufgrund einer schweren Verletzung von Malte Wilhelm mussten wir die 10 neu besetzen. Dann war Daniel Brückner ist dann gesperrt, das musste neu besetzt werden. Das hat die Mannschaft relativ gut angenommen, aber auf dem Platz sah das dann richtig grausam aus. Ich weiß nicht wieso. Wir haben es in der zweiten Halbzeit dann oder in der Halbzeitpause angesprochen. Wir sind ein paar Dinge durchgegangen und ich glaube, die Jungs haben einfach mal begriffen, dass man hier nicht das Spiel unbedingt machen muss. Das ist schwer gegen Lastendorf. Die gehören mit zu den besten Mannschaften hier in Hamburg. Und ich glaube dann, dass das dann am Ende auch wirklich leicht verdient war. Aber es ist halt sauschwer hier, definitiv. Was wir in der ersten Halbzeit gespielt haben, war nicht das, was wir sonst machen. Und diese Ordnung, die brauchen wir. Und ohne diese Ordnung wird es halt schwierig. Und das haben wir kurz mal durchgeschüttelt und die Jungs haben das dann auch wirklich gut umgesetzt. Und gerade in Bezug auf Marvin Caro und auch Olli Döge, die in der zweiten Halbzeit richtig ein richtig gutes Spiel gemacht haben, war das natürlich wichtig. Und dann hast du natürlich hinten dann so einen alten Hasen wie Marcel Kindler, der uns hier komplett im Spiel hält. Und am Ende, ja, den Sieg dann für uns auch wirklich mehr oder weniger den Deckel dann da drauf macht. Hat er richtig gut gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.